Es ist so typisch, es wird jetzt was passieren. In 3, 2, 1... Superwaffe! 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 Nein! Hätte sein können! Hätte sein können! Okay, gehen wir weiter! Es wurde ein bisschen verletzt, aber wir haben den Vater zurück. Ja... Was? Äh, das wird wahrscheinlich ein paar Aten. Nicht wahrscheinlich eigentlich. Es ist definitiv die Aten. Schau, sie suchen dich jetzt. Okay? Also, mach hier! Oh, sag bloß! Ich bin auch Sträfling Nummer 1. Schau, wenn wir diese Aten bekommen, können wir Dinge immer wieder ändern. Ja! Schau, ich weiß nicht, dass wir jetzt ein paar Stunden zusammenarbeiten, aber... Ich will euch jetzt wissen, dass ich jetzt ein bisschen weiß, was ich bin. Okay, du bist unter viel Druck hier. Okay, du bist unter viel Druck hier. Wow! Ries! Oh! Wow! Oh! Ich versuche, deine Scheibe sind sicher mit mir. Ganz kurz, da könnte noch etwas sein, ich meine, es ist ja nicht normal, dass es da reingeht ohne irgendwas, das sag ich doch. Vielleicht ein mulmiges Gefühl, keine Ahnung, einfach weil es dunkel ist. Und da ja sonst was drin lungern könnte. Ich glaube, da ist nichts genug, trotzdem gucke ich mal lieber einmal mehr rein. Ich brauche halt genug Pulli mehr für meinen Laser-Visier. Na gut, aber hoch will ich trotzdem noch nicht. Ich will da noch rein. Und ich bin mir sicher, man kommt auch irgendwie rein. Ich glaube, von der Seite. Ja, okay. Gucken wir mal, ob wir einen anderen Weg finden. Auf jeden Fall, da sind zwei Polymere. Die gehören Meier. Ja. 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 Wahrscheinlich muss ich jetzt weiter hin. Klettern. Klettern, schätze ich mal. Also, jumpen. Dose. Sehen Sie? Na. Oh, Taschenlampe. Wir hatten mal eine Taschenlampe und dann können wir sie nicht nutzen. Habe ich mich schon letztens beschwert. Aber naja, was soll's. Man kann halt nicht alles haben. Oh. Oh, Mann. Ich bin so schlecht. Wow, wow, wow. Beruhig dich. Ich glaube, ich werde in diesem Jahrhundert nicht besser. Hallo? Herr Präsident? Nein. Nein. Na du? Das nehme ich mal an mich. Oh, warte, 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 warte. Nein. Das ist zu viel, glaube ich. Nee, das wird nix. Das wird nix. Ist das, äh... Nix. Nix. Das ist die Keycard für den Raum. Gelb, gelb. Ich wusste es. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Wow. Wow. Zeig dein Herz. Und wie ich dich getroffen hatte. Oh, das war's. Nein, du bist. Ja, 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 du bist. Okay, ich würde mal... Ja komm, ich gehe mit der Reihe nach. Hoch? Ich werde nicht hoch. Oh Gott. 20. Oh Mann! Oh Mann! Wow! Das ist groß. Ja. Dein Vater hat nicht erwähnt, dass es fliegt. Also, selbst wenn wir es da machen, müssen wir es immer wieder hochkommen. Oh, die Kabel! Schau mal, die Kabel zu den Kabel! Alles, was wir tun müssen, ist folgen. Und brechen, was auf der anderen Seite ist. Und unten kommt der Vault. Simpel, leicht zu folgen. Ja, ich mag diesen Plan. Okay, gut. Mh. Das ist großartig. Und da war's. Das ist großartig. Ja. Das ist großartig. Und da ist alles. Und das war's. Herr Kief! Ja. Das ist großartig. Das sind viele Kabel. Es ist so typisch, es wird jetzt was passieren. In drei, zwei, eins. Schick ich mich wie eine Pussy. Ach so, da kann man die Karte reinmachen. Getting to the vault is going to get any easier. Das war ja ein Spaziergang. Was ist das für ein Haus? Ja, Hendry. Was ist das? Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Haus? Und wo kam jetzt die Musik her? Boah, geil. Ein guter Wurf. Wie? Einfach wieder ausgespuckt. Auch nix. Nix, keine Munition. Schlecht. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt anders. Die nehmen wir jetzt einfach mal. Und dann machen wir die noch mal hier hin. Und dann machen wir da hin. Können wir noch eine? Nein, haben wir nicht. Okay. Boah, ich will jetzt schon wieder nicht roten da. Aber ich muss. Eine Granny haben wir. Eine Granny. Boah, jetzt muss ich mit dem Laser wissen. Ich brauche unbedingt das Laser-Video. Ja, da könnten wir die Granny nutzen. Da haben wir auch ein paar Grannys. Ich glaube, das machen wir auch. Heads up, Zombie. Look out. Was? What? Dreck. Ich sollte... Ja, ich sollte treffen. Das tut mir leid. Oh nein, nein. Komm, komm, komm. Yes. Das hätte man besser machen können. Ich weiß. Da ist er noch. 3, 2, 3. Das geht. Ja, okay. Ich gebe zu. Ich bin nicht der Beste. Ich habe nichts gesagt. Es funktioniert. Hehe. Wieder eine mit. Okay, okay. Okay. Ich glaube, das war alles. Da ist Polymergewehr. Ich habe es gesehen. Drei und bin nicht. Ehm. Willkommen sehen. Warum? Welche Besarkeiten? Doch, es war klar. Ja. Ich weiß es auch, ob ich sie jetzt schon nutzen will für so etwas. Was soll es? Ja. Ich denke mal demnächst müsste dieser eine Raum kommen Mit den zwei Polymeren Hab's nicht vergessen Das wäre sonst echt schade Noch einer Aber da ist eine Tonne auf jeden Fall Das ist der kleine Bastard Der kleine Bastard versteckt sich da Na come on Okay Den hängen wir Zwei Schuss Die Tür ist zu Kommt wahrscheinlich gleich wieder Musik Woah Was ist jetzt los? Okay Okay Ähm Ist auch geschlossen Na Glück gehabt du kleiner Sag du Sag du Auf jeden Fall ist das unser Na come on Unser Polymer Platz Sehr gut Sehr gut Okay Also führt kein Weg drum rum Wir müssen ein bisschen ausprobieren Aha Ich IC 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 Okay Dann gucken In der Rechtshänder Versuchen wir es Boah Ekelhaftes Scheißteil Also ich muss da rein werfen Also ein bisschen zu hoch Ja Also ein bisschen zu hoch Auch wenn ich es gesehen habe von Weitem Ich hätte es ja eigentlich sehen können Er mich trotzdem erschreckt Also Erschreckt Wo ist das? Wo ist das? Overwatch Acknowledge Activity Confirm Sektor Zero Two Possible Nequartic Interferences Soon Sektor Replace Anonymous Sektor Roger Zehn Äääääh Das ist Wo nochmal? A Es Irgend Er In în a At In Ich glaube, ich habe eh noch keine 30 Polymere. Oh, ich sehe es. Komm, ich werde mich jetzt schon wieder dumm anstellen. Es ist auch gar nicht so einfach. Finde ich. Gut doch. Äbna 17. Lohnt eigentlich gar nicht. Gibt es da irgendwie... ...nur und nicht. Na gut. Oh, voll laut für etwas, was man ausschaltet. Gut, weiter. Oh, ernsthaft? Oh, fuck, ey. Oh, Mann. Oh, Mann. Hauptsache dicke Eier schieben, gell? Kleiner, sie ist er doch. Na gut. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier. Ich glaube, hier ist nichts mehr. 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 Ich weiß nicht. Ah, die Flinte könnte ich auch mal wieder nutzen. So hören tue ich keinen. Soh, die Flinte, die Flinte, die Flinte, die Flinte. Ich habe den Wettbewerb von 3. Überwacht, wir haben eine Wege-NC. Wir werden nicht mehr verletzen. Wir werden nicht mehr verletzen. Ich habe den Wettbewerb von 3. Oh, fuck. Bolivar? Nein. So, ich hatte schon eins. Machen wir das. Und das hier. Oh, fuck, 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 fuck. Dann halt nicht. So. Wir werden dir fein. Ja, da mal Munition. Unbedingt brauche ich das jetzt nicht. Oh, komm. Fette funktioniert. Ich glaube, das geht. Fette. Sei doch. Drescher-Sacke. Drescher-Sacke. Drescher. Drescher-Sacke. Ich guck nur, ob ich... Drescher-Sacke. Szenen ist ziemlich komisch manchmal. 70 Schuss. Oh, lecker! Wow, fuck! Wow, du kommst ziemlich nah! Oh, lecker! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020